Hallo, ich bin Heike und ich verantworte bei MyMuesli den Bereich HR. Ich habe noch zwei weitere Kollegen, die Steffi und die Nadja. Wir kümmern uns alle um unterschiedliche Bereiche und deshalb wirst du sehr sicher, wenigstens mit einem von uns irgendwann mal zu tun haben. Wenn du dich gerade fragst, ob du für uns relevant bist oder ob du die richtige Ausbildung für eine ganz bestimmte Position bei uns hast, dann sei dir erstmal sicher, dass wir uns immer freuen, wenn du uns deine Bewerbung schickst. Und dabei ist nicht so wahnsinnig relevant, ob du die richtige Ausbildung hast oder ob es wirklich nur die eine einzige Ausbildung für diese Stelle gibt. Darum scheue dich nicht, auch wenn du die richtige Position für dich nicht findest, dass du uns eine Initiativbewerbung schickst. Übrigens ist es für uns kein Einstellungskriterium, dass du jeden Tag Muesli isst. Uns ist auch nicht so wichtig, wie viel Muesli du isst, aber wir freuen uns mega darüber, wenn du natürlich unser Produkt kennst und es auch magst. Was noch viel wichtiger ist als das wäre, dass du Lust hast und ehrgeizig bist, uns weiter voranzubringen und dass du gerne Lösungen erarbeitest und mit denen gute Produkte oder perfekte Produkte mit guter Qualität herstellen willst und die auch gerne präsentierst. Jetzt fragst du dich vermutlich, was überhaupt passiert, nachdem du deine Bewerbung abgeschickt hast. Dass es folgend ist. Einer von uns dreien wird diese Bewerbung lesen und sie intern erstmal mit dem Fachbereich besprechen und dann entscheiden, ob wir mit dir sprechen oder vielleicht auch nicht. Im nächsten Schritt wird es meistens so sein, dass du entweder erstmal telefonierst oder einen digitalen Skype- oder Hangout-Call machst mit dem Fachbereich, in dem du dann auch arbeiten würdest, damit du als allererstes mal die Person kennenlernst, mit der du auch am meisten zu tun hättest. Wenn du damit fertig bist, geht es im nächsten Schritt immer an ein persönliches Gespräch. Wir wollen natürlich jeden am liebsten persönlich kennenlernen, bevor es zu einer echten Zusammenarbeit kommt. Das passiert in einem von unseren Büros bzw. Standorten, wenn du dich für einen Store bewirbst und ist dann manchmal mit HR und manchmal sogar mit einem unserer drei Gründer. Bevor du dich auf den Weg zu einem unserer Standorte machst und uns deine Unterlagen persönlich vorbeibringen möchtest, wir freuen uns natürlich immer über Besuch, aber am allerliebsten haben wir es, wenn du dich einfach digital auf die Stellen bewirbst. Denn wir brauchen deine Unterlagen sowieso immer schon digital und die Wahrscheinlichkeit, dass die Position wirklich noch bekannt ist, wenn sie online ist, die ist sehr, sehr hoch. Du findest vermutlich überall so hier um dieses Bild drum herum einen lustigen Button, auf dem steht, dass es zu unseren Stellenanzeigen geht. Da geht es sowohl zu unseren Stellenanzeigen, die dich dann online über die, also über Bewerbungsformulare zu uns führen. Genauso gibt es aber auch einen Initiativbewerbungs- oder einen Initiativjob, auf dem du dich bewerben kannst, wenn du eben nicht so ganz genau weißt, was du eigentlich machen möchtest. Auch da werden die individuellen Steinsatzeit orientiert. Deine Pak cut. fucking ein